Einfach drauf halten. Keine Ahnung worauf ich schieße, aber ich schieße. Was darf noch mal? Puh, das ist Krieg, Alter. Wow! Heilige Scheiße. Na, wir leben noch. Weg hier. Durch. Und jetzt als allererstes, ich mag keine Pistolen, deswegen wird sie sofort erstmal ausgetauscht gegen eine RPD. Das ist aber ehrlich gesagt für mich Not gegen Elend, die RPD ist nicht gerade toll. Hat einfach nur große Magazine. So. Ah. Friedlich bleiben hier meine Freunde. So. Schau mal nach. Und. Postwenden zurück. Dankeschön. Einer weniger. Leute, ihr könnt doch nicht schießen, oder? Mann, Mann, Mann. Arca, eine meiner Lieblingswaffen hier. Ich werde mich sehr oft in diesem Let's Play mit einer AK rumlaufen sehen. Vor allem auch, weil die Gegner vor allem sehr viel mit dieser AK, also sehr viele Gegner laufen mit dieser AK rum. Also was man im Multiplayer erst mit Level 70 kriegt, also mit dem letzten Level, was man sich erspielen kann, kriegt man hier wie Sand am Meer in der Kampagne. Oh, hier drin scheint nicht alles sauber zu sein. Oh, hier drin scheint nicht alles sauber zu sein. Okay. Kommt wohl nix mehr. Wow. So. Unten bleiben. Äh, ja. Nehmen wir die Minio zieh mal mit. Auch ne Scheißwaffe. Und, nehmen wieder ne AK. Ja. So, und weiter geht's. Äh, äh, äh. Ah, hier geht's. Da ist einer, daaa. Und, ich mach es dann mal gleich und laube auch einfach hier rein. Na, Corporal. Die stehen immer in einer Schusslinie. Vollidiot. Boah. Schön in Deckung. Schön in Deckung bleiben. So, was haben wir denn da? Ah, scheiße. Ja. Ja. Nein. Meine Fresse. Geh mich aus dem Weg, Mann. Ach, der Typ hängt nicht sehr an seinem Leben. So. Ah, hier ist in das Klassenzimmer gegangen. Ah, ich hänge so. Oh Mann. Ja, Entschuldigung. Bin ein bisschen schreckhaft. Und ja, da sind wir durch die Schule durch. Und jetzt wisst ihr, warum ich die Granatenwerfer aufgehoben habe. Den Granatenwerfer aufgehoben habe. Und zwar genau für diese Stelle, wo jetzt nichts kommt. Normalerweise laufen hier die ganze Reihe von Gegnern vorbei. Okay, hier steht auch nichts. Gut, das war's dann. Viel Lärm und nichts. Äh, ja, hier gehören wohl zu mir. Und General Shepard ist hier. Ich frag mich nur, wie der es geschafft hat, so schnell hier zu sein. Wunderbar. Und damit wäre dieses Level auch beendet. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei der nächsten Mission wieder. Die sollte dann sein Cliffhanger. Also, Kommentare bitte unten bei den Kommentaren abgeben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.